Hier unten rechts ein bisschen schneller drehen, hier unten rechts, irgendwo muss das sein, so ein rundes Ding zum schneller drehen. Heute haben wir ja als Haupttagesthema die 20%-Partei, hoffentlich 20%-Neue-Volkspartei-Wir-2020. Die Experts, die externen Experten, die Experts sind bisher Lösungen.jetzt, die Homepage kann man aufschlagen, nexts4f.de, das kann man aufschlagen. Man braucht eigentlich nur mit der Maus drüber zu fahren, rechte Maustaste, Google suche nach oder in neuem Fenster öffnen, dann hat man das, Gemeinwohlökonomie, drüberfahren und Google. Also es ist so, dass wir bis jetzt, offensichtlich gibt es keinen Vertreter der felberschen Gemeinwohlökonomie, der sozusagen persönlich die Partei beraten würde bisher scheinbar. Aber die Next Scientists for Future sind auch so fit in der felberschen Gemeinwohlökonomie, dass sie natürlich genau Auskunft geben können, wie die vorgeht, wie die Gemeinwohlbilanz funktioniert und was da gemacht werden soll. Und die Economyformankind.org, die gehört ja ein bisschen auch zu Lösungen.jetzt, das kann man auch wieder als Homepage aufschlagen. Da finden Sie das, was bisher so als Experts da ist von außen. Ich habe ja mit einem Millionär gesprochen, der auch eine Partei hat und der auch so das Konzept hat, Experten hinzuzuziehen, so das zu koppeln, so mit der Idee der Bürgerversammlungen, Parlamente, Bürgerräte und so weiter. Und ich hoffe, ich konnte ihn inspirieren, dass er doch mal mit seinen Geldern eine Sendung mit Riso oder mit Lee Floyd und den Next Scientists for Future und der Partei Wir 2020 und so weiter finanziert. Und dass er eben auch, selbst er versteht ja auch, dass wir am Ende alle zu einer großen neuen Volkspartei fusionieren, alles fusionieren müssen. Ja, und ansonsten wird Bodo Schiffmann leider sehr sozusagen von den ganzen Linksextremisten und Rechtsextremisten des Internets gleichermaßen angegriffen, aber er soll sich nichts draus machen. Es gibt richtige Hetzvideos gegen ihn von allen Seiten. Das ist ganz normal, denn da er und auch die Partei sozusagen eher eine Partei der Mitte ist, mit vielleicht sogar einer kleinen Spriese Linkslastigkeit, ist es klar, dass sowohl die Linksextremisten sturmlaufen als auch die Rechtsextremisten sturmlaufen, weil ja deren Süppchen dann nicht mehr weitergekocht werden kann, wenn da eine neue, dominante, große Volkspartei mit am Ende 56 Prozent der Wählerstimmen kommt. Dann ist das das Endgültige aus aller links- und rechtsextremistischen Träume und Träumereien. Ja, und dann, ja, das Video von Kai Stuth, Creative Caravan, läuft immer noch super, das ständig neue Klicks, das ist glaube ich mittlerweile Größenordnung, nähert sich den 20.000 Klicks, den hat deutlich über 2000 Likes und die ganzen rechts- und linksextremistischen Spinner, die natürlich viele Kommentare schreiben und für viel Verwirrung sorgen und für viel Lügen und Hetze und Betrug und so weiter, wie üblich halt im Internet, das wird wahrscheinlich von gerade mal den 50 Leuten gemacht, die da ein Dislike hingegeben haben und die sozusagen versuchen natürlich ihre Süppchen zu kochen. Das reicht von wahnsinnigen Kreationisten, ja, und das Entscheidende ist ja, man kann ja mit denen gar nicht argumentieren, man sollte das eigentlich von der ersten Sekunde lassen, denn Kreationisten sind ja Menschen, denken Sie an die Zeugen Jehovas, die wollen ja ungebildet bleiben, ja, da ist ja ein Wille bei den Zeugen Jehovas zur Ungebildetheit. Ich darf ja bloß nicht erfahren, dass die Biologen Recht haben und dass unser Kreationismus falsch ist, weil ich gehöre ja zu einer Gemeinschaft, wo es zum guten Ton gehört, ungebildet zu sein und so weiter und wenn jemand also sozusagen, solange jemand noch zu einer Gemeinschaft gehören will, in der ungebildet sein schick ist, da können sie mit Argumenten gar nichts erreichen, denn die Person, die dann Argumente einfordert, will ja gar nicht die Argumente hören, sondern die will ja nur letztendlich, dass ihre Propaganda für ihre Ungebildetheit weiterläuft. Die will ja andere Menschen für den Kreationismus anwerben, für die Zeugen Jehovas oder ähnliche Gruppierungen. Also von daher hat man da überhaupt keine Chance, man sollte sofort enden. Und jetzt haben der Sender News & Talks, der sich sozusagen ins Getümmel wirft sozusagen und sich die Qual antut, sich mit all diesen verrückten Kommentatoren sozusagen anzulegen oder denen auf die Finger zu klopfen, die haben uns gebeten, doch mal so ein bisschen was zu kommentieren von dem, was da an Kommentarschlachten läuft, ob wir noch Ideen dazu haben. Ich kann es aber nur sehr kurz machen jetzt. Also hier, Sie können das lesen, also Sie googeln, geben ein, Google Weltrat der Weisen, also vier Worte, Weltrat der Weisen Forum, dann kommen Sie auf neuere Kommentare und Texte und dann, wie geht das hier, man muss quasi hier, hier sind die Wählerkommentare, die zieht man runter, also die Wählerkommentare hier, die Wählerkommentare und die Sendung zieht man schnell runter, bis zur Hälfte ungefähr hier. Na, wo ist es jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt hier, Moment, ja, hier ist es wohl, ne? Da sind die Enten, die die Wähler stimmen und die Bürger stimmen und die Wissenschaftler stimmen und hier geht es dann los mit den Kommentaren. Ja, ich lese erst mal, wichtiger neuer Kommentar ist, endlich ein Namensvorschlag, also Sie können selbst was für sich tun, wir haben ja in dem Forum gibt es ja die Gesundheitstipps und Neues, da können Sie sich gesund ernähren, gesund leben, da können Sie alles darüber lernen, über gesunden Sport und so weiter. Und dann haben wir hier, dann können Sie Ihre Psyche noch in Ordnung bringen und das können Psychotherapeuten, die neu lernen bereit sind mit der VI-Abbautherapie, also mit dem Abbau der vorteilbringenden Irrtümer, die unsere Gehirne wie Killerviren des Geistes infiziert haben, sozusagen. Also VI-Abbautherapie und ansonsten die entscheidenden 70 Prozent eines glücklicheren und gesünderen Lebens können Sie nur und ausschließlich durch Unterstützung der Kombination der neuen Volkspartei plus Next Scientist for Future, nur durch die Unterstützung dessen können Sie 80 Prozent des fehlenden Glücks und der fehlenden Gesundheit überhaupt erreichen. Denn das geht so einfach nicht. Man kann sich nicht gesund ernähren in einer Welt, wo alles voll Gift ist, das geht nicht. Wir müssen dafür sorgen durch die Reform, dass die ganze Welt giftfrei wird und dann können wir auch alle viel gesünder leben. Also ohne Politik geht nichts, ohne Partei geht schon gar nichts. So und hier haben wir, also dann hier wieder so ein Kommentargeschehen hier, wow, für ein Euro pro Tag ernähren, also Haferflocken und Wasser. Also diese Person ist total ungebildet. Für 49 Cent kriegen Sie 500 Gramm Haferflocken. Davon können Sie sich gesund, äh, nicht gesund, aber davon könnten Sie sich mindestens drei Tage ernähren. Also würde das bedeuten, dass das nur 30 Cent pro Tag kosten würde. Nein, ein Euro muss es vielleicht schon sein, weil man ja schon gesundes Gemüse haben will. Ja, und dann, äh, ja, und dann, der Kommentar sagt ganz richtig, können Sie aber alles nachlesen. Der Kommentar geht ja dann richtig drauf ein. Nämlich das, eben das, der zentrale vorteilbringende Irrtum, der, der, das ist ja gerade der zentrale vorteilbringende Irrtum der Sozialspaten. Ach, die Leute verhungern ja alle, wenn sie nicht, äh, äh, sozusagen, äh, 15 Euro am Tag bekommen, 20 Euro am Tag bekommen, Schluck Wasser. Auch meine Tests bestätigen das. Ich kann das nur bestätigen hier, was die Person hier schreibt. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ein kleiner Knollensellerie, zwei große Möhren, 90 Cent, ein kleiner Schuss Öl, herrliches indisches Gewürz. Ja, so kann man das machen, das, so mache ich, so ähnlich mache ich sowas auch. Und ich komme auch manchmal nur auf 70 Cent pro Tag oder, ja, und, äh, da, äh, da findet man alles, ja. Ja, ja, und dann diese Verschwörungstheoretiker sind natürlich überall, aber das Entscheidende ist, dass diese Verschwörungstheoretiker immer alle anderen für kriminell halten, aber sich nie fragen, wie sie selbst als, als Mitläufer bei den Verbrechen der Menschheit, an der Menschheit mitgewirkt haben. Ja, vielleicht haben sie in der Zigarettenindustrie gearbeitet oder in der, in der Supermarktindustrie, wo die Menschen vergiftet werden mit Zuckerwaren und so weiter. Na, jeder von uns ist doch, ist doch bisher irgendwo, wenn er irgendwo arbeitet, einfach Teil dieses Gesamtverbrechens an der Menschheit. Und deswegen ist es auch viel besser zu sagen, äh, äh, sozusagen, denken sie immer dran, wenn sie als Verschwörungstheoretiker auf die bösen Verbrecher zeigen, dann zeigen immer drei weitere Finger immer auf sie zurück, ja. Denn sie sind doch deren Komplize, wenn das Verbrecher wären. Sagen sie doch lieber zu den Leuten, ja, die ganze Welt ist im Irrtum und mit diesem Irrtum schaden sich die Menschen alle gegenseitig. Ja, diese Verschwörungstheorie, das führt doch zu nichts. Am Ende stehen nur irgendwelche Leute auf, die denken, sie müssten die bösen Verbrecher ermorden, ja. Ja, aber die sollten lieber sich selbst fragen, wie viel, äh, sie sind doch auch die Mitläufer und die Mitverbrecher immer gewesen. Und wenn da, wenn da oben die alle, die da oben, wenn die da oben alle Verbrecher sind, dann waren doch alle die Verschwörungstheoretiker deren Komplizen lebenslang. Ja, und dann sollten sie sich mal erst selber bestrafen, bevor sie die da oben bestrafen, ne. Also das ist ganze diesen Wahnsinn, ja. Gut, darum gehen die Kommentare, das können Sie ja alles dann in Ruhe nachlesen. Dann hier ein echter Kreationist, der versucht natürlich die Evolutionsbiologie in Frage zu stellen. Ja, und da die Kommentare gehen drauf ein. Das können Sie alles hier nachlesen, das gehe ich jetzt gar nicht so groß drauf ein. Also wie gesagt, die Kreationisten, ja hier steht es ja richtig, da sie wahrscheinlich Kreationist sind, wollen sie doch die Wahrheit wohl gar nicht wissen. Naja, innerhalb der Kreationisten kann man ja nur bleiben innerhalb dieser Community, wenn man Bildungsferne beibehält. Und deswegen bitte keine Sekunde mit Kreationisten reden. Dort ist Bildungsferne schick. Was wollen Sie dann mit Bildungsargumenten, ne? Ja, ja, 10% schwarze Schafe, richtig, kann es ja geben. Aber, ja, allen Kriminalität zu unterstellen, nur nicht selber, sich selber, das ist einfach Wahnsinn. Und wozu soll das führen? Das führt nur zu Gewalt am Ende. Ja, ja, und dann eben hier wieder jemand, der ein Sektenanhänger der Medizinmafia ist. Also, ja, der Medizinindustrie muss es natürlich heißen. Wissenschaftlich ist die Frage, wie wäre ohne die Iatrogen produzierte Panikattacke und die Iatrogene Schädigung, was wäre da passiert? Ja, also, ich glaube, aber das hatten wir schon mal kommentiert, ja. Also, das Entscheidende ist doch, wenn wir Daten von der Medizin bekommen, müssen wir doch immer klar sein, dass die verfälscht und verzerrt sind durch den Blick der Medizinindustrie auf die Dinge. Und das ist eine, die Medizinindustrie selbst ist wie McDonald's. Wenn McDonald's auf Nahrung blickt, sagen die, ja, McDonald's ist kerngesund, sollte jeder essen. Ja, und wenn die Medizinindustrie auf ihre Medikamente und Operationen blickt, dann sagt sie, ja, das sollte jeder konsumieren. Ja, und dass die natürlich einen ganz anderen Blick haben und eventuell Intensivbetten viel zu leichtfertig belegen und also das Problem künstlich vergrößern und viel zu leichtfertig Personal in die Quarantäne schicken, das eigentlich hätte problemlos weiterarbeiten können, ja, und dass sie dadurch künstliche Engpässe selber erzeugen, ja, das ist ja das Ding. Ja, und dann haben wir so einen naseweisen Pseudowissenschaftler, vielleicht an der Universität studiert, der eben so ein, letztendlich ist es wohl ein Nazi, wenn ich die Texte richtig interpretiere, aber der sozusagen letztendlich versucht so zu untergraben, die Glaubblödigkeit der Next Scientist for Future, indem er einen entscheidenden, sozusagen die Leute versucht, auf einen Irrtumspfad zu locken. Nur weil natürlich niemand bis jetzt untersucht hat, ob die genetischen Unterschiede zwischen Mensch und Bonobo geringer in allen Bereichen, die Sexualitätsleben und Sozialleben betreffen und die Unterschiede zwischen Mensch und Schimpanse in diesen Bereichen typischerweise viel größer sind, nur weil das noch niemand untersucht hat, versucht er zu behaupten, dass die von den Next Scientist for Future aufgestellte Arbeitshypothese oder Arbeitstheorie, dass es sein könnte, dass der Mensch ein zweiter Bonobo ist, der Savannen-Bonobo ist, zu entkräften, was ja so gar nicht geht, denn er müsste ja stichhaltige Beweise haben, die sagen, in allen Genen, die definitiv mit dem Sozialleben und dem Sexualleben zu tun haben, unterscheiden sich Bonobos und Menschen ganz stark. Ja, und solange es diesen Beweis nicht gibt, ist die Hypothese, die Arbeitshypothese und die Arbeitstheorie sozusagen das Modell, dass der Mensch ein zweiter Bonobo sein könnte, genetisch, nicht anzugreifen. Ja, das ist ein wertvolles Modell und ja, hier, und dann brauche ich diesen ganzen Müll, hier gar nicht vorzulesen, ja, können Sie ja alles lesen, ja, dann haben Sie mal so, kriegen Sie so ein bisschen aus dem Krieg, das Internet mit, aber letztendlich ist es so, eigentlich ist es immer das Gleiche. Ja, Sie haben da zu tun mit Neonazis und mit Linkskriminellen, Sie haben mit Verfassungsfeinden von rechts und links zu tun und mit Kreationisten und Flacherdlern und Spinnern aller Couleur. Und da, das hat keinen Sinn. Ja, also wenn Sie mit den bildungsfernsten Schichten der Gesellschaft, was wollen Sie da als Wissenschaftler diskutieren? Lassen Sie das doch. Es gibt ja auch bei dem Sender News und Talks, da sind ja auch einige Wissenschaftler dabei, die richtig gut sind und so weiter. Die vergeuden doch da nur ihre Zeit, das sollten die eigentlich reduzieren. Also bitte, meine Empfehlung, reduziert das bitte, das ist einfach, das ist sinnlos. Ja, dann soll es noch Kommentare neu geben, hier unten irgendwo, warten Sie, wo kann das sein? Hier ganz unten soll es neue Kommentare neuerdings geben. Unter diesem hier, unter diesem Zusammenfassung der Fehlanreize im System, also der Sendung von dem Corona-Ausschuss, den die Corona-Ausschuss geschrieben hat. So, hier ist das Neuestes aus Internetdiskussionen. Hier ist es ja. Ja, da schreibt eine junge Frau, wo mir, wieso fixiert man sich so auf die Toten und so weiter? Ja, was ist die Triage und man kann ja auch nicht sagen, stirbt doch kein 30-Jähriger. Ja, und so weiter. Das sind die Fragen, die mir durch den Kopf gehen. Ja, die Öffentlichkeit hat die vorteilbringenden Irrtümer, da ist die Antwort von News & Talks offensichtlich, die Öffentlichkeit hat die vorteilbringenden Irrtümer einer profitsüchtigen Medizinindustrie übernommen und ist dadurch abgelenkt davon, jeden Tag sterben ganz ohne Corona bis zu 3.000 Menschen in Deutschland, ohne dass jemals ein Hahn danach kräht. 25.000 Tote durch Atembecksinfektionen je Winter sind völlig normal. Wir haben eine künstliche Untersterblichkeit von nur 10.000 erzeugt, 15.000 zu wenig Tote. Das kann man immer machen, das zerstört dafür aber die gesamte Gesellschaft. Wir hätten viel mehr Tote zulassen müssen, um die Gesellschaft nicht nutzlos zu zerstören, denn die 15.000 Geretteten haben nichts gewonnen. Sie stehen immer noch kurz vorm Tode und das ist nur ein wenig nach hinten geschoben worden. Oft ist nur das Leiden verlängert worden. Die Medizin hatte schon immer den wahnhaften Vorteil bringenden Irrtum, es sei gut, das Sterben abzuschaffen. Solche Irrtümer bringen viel Geld, man kann ja vieles verkaufen, so Lebensverlängerungsmaßnahmen, Anti-Aging und so weiter. Alles Mögliche kann man verkaufen. Projekte, wo die Leute eingefroren werden, da kann man viel Geld verdienen und so weiter. Alles falsche Wege, denn das Sterben ist notwendig in jeder Art. Aber Sie sollten das Sterben akzeptieren als notwendigen Teil des Lebens. Im letzten Winter hätten wir die Zahlen hochgehen lassen sollen auf 26.000 Tote und dann erst eine Ausgangssperre machen sollen. Vermutlich wäre es nie dazu gekommen, denn wenn sonst im Winter 25.000 Tote von den Krankenhäusern geschafft werden, hingekriegt werden, ohne dass sie zusammenbrechen und ohne dass Alarm geschlagen wird, dann kriegen die auch 26.000 Tote hin, ohne überlastet zu sein. Und wenn dann 26 Tote da sind, kann man ja eine radikale Ausgangssperre machen und dann fährt sich innerhalb kürzester Zeit sowieso die Virusausbreitung runter. Aber hier richtig wird ja hier geschrieben, vermutlich wäre es nie dazu gekommen und man hätte auf alle Maßnahmen verzichten können, weil das Virus gar nicht stark genug ist, 26.000 Menschen überhaupt zu töten. Ja, das ist nämlich der Punkt. Nehmen wir mal an, wir hätten dem Virus wie Weißrussland völlig freie Bahn gelassen. Die haben also bei einem Achtel der Bevölkerung angeblich nur 600 Tote, also 8 mal 6 wären 5.400, lassen sie es 10.000 Tote sein, aber eben 26.000 Tote scheint das Virus auf 80 Millionen Menschen gar nicht zu schaffen. Also jedes Virus hat nur eine bestimmte Kraft und kann bei 80 Millionen Menschen kann ein Virus nur 10.000 Menschen töten, das andere 50.000 Menschen. Aber offensichtlich ist Corona oder C nur in der Lage, ja vielleicht maximal 20.000 zu töten und dann ist es harmlos. Ja, dann ist es eine harmlosere Grippe eher. Und ja, vielleicht wäre ja die Zahl bei 22.000 stehen geblieben und hätte dann endgültig aufgehört, wie sie ja auch bei Weißrussland offensichtlich nicht weitergegangen ist. Sonst müsste es dort doch Massentote geben. Und jeder Journalist könnte dort jemanden interviewen, der sagt, ja in meinem Bekanntenkreis sterben gerade die Menschen, wie die fliegen. Ja, aber nicht ein Zeuge dieser Art. Nur genau gegenteilige Zeugen sind bis jetzt berichtet worden. Ja, wobei wir ja noch nicht einmal wissen, ob auch nur einer der 10.000 wirklich an Corona als Haupttodesursache starb. Das kommt ja noch dazu. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es auch nur einen einzigen, echten, hauptsächlichen Corona-Toten gibt. Das wissen wir ja gar nicht. Ja gut, das war es damit. Und jetzt, ja, das war es wohl schon wieder mit dieser, ja, wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und unser Hauptthema ist ja hier schön. Hier, also, es wird nur eine neue 20% Volkspartei der Mitte mit dem kleinen Schuss links geben. Wie die dann am Ende heißt, ist ja egal. Aber wahrscheinlich dann eben wir 2020. Und bis jetzt hat eben wir 2020. Der gibt ja insgesamt fünf oder sechs Spaltpilze im Moment, ja. Und dieser Spaltpilz hat ja, der extrem kompetent ist, ja. Das ist der Spaltpilz wir2020-partei.de. Das sind die richtig kompetenten. Da ist die hohe Kompetenz versammelt. Und die haben eben als Experts bisher Lösungen, Punkt jetzt, für meinen Geschmack, ein bisschen zu stark links orientiert. Ja, doch ein bisschen weit von der Mitte nach links verschoben. Die Next Scientist for Future als die bodenständigen, naturwissenschaftlichen, evolutionsbiologischen Linken mit einem kräftigen Schuss links, aber eben nicht zu stark. Bodenständig, sehr bodenständig dabei. Und die Gemeinwohlökonomie, die ist in manchem etwas, also auf jeden Fall deutlich weiter links als die Next Scientist for Future. Für meinen Geschmack auch zu weit links. Und die Ökonomie von Mankind.org ist ja sehr ähnlich, Lösungen jetzt. Und für meinen Geschmack eben auch wieder deutlich zu weit links. Aber darum geht es ja. Es geht ja jetzt darum, in Zukunft nie wieder nur Trostenwieler Lauterbach zu hören, sondern immer auch Bhakti, Wodak und Schiffmann. Und hier ist Bhakti, hier sind eben Bhakti, Wodak und Schiffmann, nämlich drei Gruppierungen, die sagen, dass das jetzige Wirtschaftssystem verantwortlich ist für die C-Krise und dass wir nur durch Reformen des Systems die C-Krise lösen können. Ja, also war es das doch schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Ich habe Arbeit. mit.